Wir schwimmen, glaube ich, wieder fast in die richtige Richtung. Ah, Tatsache. Geil. Verzieht euch. Ich habe euch gehört. So, einmal. Ich muss nämlich jetzt hier dann wieder umbauen. Die zwei Planken bekomme ich nicht mehr wieder. Schade. Achso, ich habe keine Planken. Ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Die wollte ich nicht wegwerfen. Hallo, Palmen. Ey. Boah, ey. Ich glaube, das wird nichts mehr. Die müssen da wieder umsortieren. Super. Verdammt. Ich glaube, mein Segelchen darf ich auch umbauen. Ich glaube, ich baue generell jetzt erstmal alles oben hin. Naja. Nur egal. Bit kann ich neu bauen. Segel aber nicht. Wo war das Bett? Lass ich hier unten. Wo war wir da hin? Das ist unsere Frontseite. Also kommen wir mal. Wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, hier ist der fünfte. Das heißt, hier kommt unser Segel drauf. Der ist natürlich jetzt geil. Die ist hoffentlich soweit ausgewachsen. Das Ding da hinten, das Faster möchte ich gerne haben. Perfekt. Nehm ich gerne. So ein Stein. Ne? Wer will nicht einen Stein haben? Wir kriegen Hunger. Wo ist denn das Ding für Wasser? Wo habe ich das denn jetzt? Ach da. Das hätte ich auch ganz ehrlich gesagt. Bisschen näher am Wasser. Weil da muss ich nicht immer hin und her rennen. So. Planken immer im Winter behalten. Kollege. Was soll die Scheiße hier? Ja, Wasser brennt gerade. Komm, werd fertig. Das Ding hier kann ich da. Ich würde das halt alles gerne so in einer Nähe haben. Aber halt auch nicht alles zu weit weg. Weil drinnen kann ich jetzt nämlich mal nicht Wassermelonen und nicht Palmen. Habe ich keine Manga sagen mehr? Muss ich wohl Wassermelonen. Aber ja, zwei Stück. Essen wir nochmal ein Stückchen. Haben wir irgendwo wieder eine Insel? Nein, leider nicht. Du verpiss dich bitte. Oh, der hört so auf mich. Wie cool. Ich freue mich ja zwei Fässer. Rohe Kartoffel, Planke, rohe Kartoffel. Ah. Nervig. Ich hatte mein... Ah, hier sind meine Manga sagen. Guck mal. Kann ich tauschen. Das wird nur Rüben und Kartoffelkiste. Super. Hier kann ich die Rüben auch noch reinklatschen. Ah, ich brauche echt Glas. Kann ich das Glas eigentlich auf dem Teil da... Nee. Das funktioniert doch bestimmt nicht. Ich wollte schon sagen. Das Teil benutze ich eh kaum. Wie sieht die Palme aus? Die kann ich eigentlich wieder fällen, wa? Kein Palmsamen. Schade. Ach ja. Es wird hier immer besser, ey. Mit dem ganzen Kram. Das ganze Essen muss echt in eine Kiste... Also in zwei Kisten schon gelagert werden. Holy shit. Wird ne krasse Kacke. Ich habe ja noch genug Palmsamen. Kann ich ja mitnehmen. Ähm... Hier sind noch mehr Palmsamen. Regen. Schon lange nicht mehr gehabt. Einfach rein. Samen möchte ich bitte gerne in einer Kiste haben. Möchte hierfür... Palmen. Das da... Guck mal. Rüben habe ich hier noch drin. Samen. Dann steine ich mich auch nochmal mit. Samen. Und Kartoffeln. Ich habe Kartoffeln aufgesammelt. Vier Stück. So. Mir wollte ich jetzt nur die Samen drin haben. Richtig. Richtig. Ja. Das waren alle. Und das hier da rein. Das da rein. Hier. Mangos. Das kann mit da rein. Platschspan. Dafür. Und da... Oh. Erstmal die Steine. Hier hinten rein. Da muss ich leider jetzt auch hier mit reinpacken. Passiert nun mal. Boah. Wie voll ist es hier vorne wieder? Relativ voll. Ach du Scheiße. Boah. Davon haben wir ja genug. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt immer alles aufsagen, dass ich da bekomme. Essen. Wir brauchen Essen. Ich futter mal. Und trinken. Mit Süßwasser füllen. Davon bastel ich mir glaube ich einfach jetzt wirklich noch ein zweites Ding, ey. Oh. Scheiße. Geh. Weg. Was? hier, Planke, Blatt und Kunststoff, hab ich auch genug, ne? Planke, Blatt, Kunststoff. Kann ich sogar mehr als nur eins machen. So. Zack, hab ich zwei davon, ist schon mal besser als keins und besser als eins. So, hier wieder die anpflanzen, dann halten wir bis einer von den beiden fertig ist. Also ich werde nicht wissen, wie stark das dann da oben wackelt, also wenn ich das noch weiter in die Höhe baue, wie stark das dann da oben wackelt. Was ich glaube, so viel hab ich schon lange nicht mehr getrunken gehabt in diesem Spiel. Kannst nicht tagen, aber warten wir noch ein bisschen. Dies ist ein Fass, aber das sind acht Gegenstände. Hauptsächlich nur Palmen, bitte. Ist jetzt nachts. Perfekt. Wissen. Ja. Auch gut, aber ich würde jetzt mal, glaube ich, sagen, dass ich an der Stelle die Aufnahme beende aus der Aufnahme-Session. Anderthalb, also eine Minute, eine Stunde zwanzig so ungefähr aufgenommen sollte, glaube ich, reichen, wenn ich jetzt gleich noch ein bisschen Bioshock aufnehme. Und das, ja, doch, sollte man nicht über die Gamescom rüberkommen, wenn nicht, muss ich halt gleich nochmal gucken. Aber bis dahin haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Tja. Ciao. Perfekt.